Hallo, ich wünsche euch einen wundervollen Advent. Ich möchte euch heute meinen Adventskalender zeigen, den ich für die Familie gebastelt habe. Und zwar habe ich lauter Säckchen genäht aus braungultem Stoff mit einem Band daran und als Etiketten, wo die Namen draufstehen, habe ich Musgummi benutzt, ein Löchlein reingeschnitten und dies an das Band mitgehängt, was das zum Verschluss der Beutel auch ist. Und dann habe ich Holzwäscheklammern benutzt und diese mit den Zahlen von 1 bis 24 versehen. Die Adventssonntage, Nikolaus und Heiligabend sind dann ganz besondere Säckchen, wie man hier sieht, mit Spitze versehen und Goldbrokat. Und in den Säckchen habe ich wenig Süßigkeiten. Da ist auch mal ein kleines Spiel darin oder eine CD für alle, eine DVD für die ganze Familie, aber auch kleine Zettelchen, wo draufsteht, dass wir heute einen Spieleabend machen, dass wir zusammen ins Schwimmbad gehen, dass wir einen schönen Films am Abend zusammen gucken, dass wir zusammen Plätzchen backen, dass wir zusammen kochen, ein Raclette-Abend machen und solche Sachen. Auch, dass wir einen Weihnachtsmarkt besuchen oder einmal eine Burg im Winter. Und diesen Adventskalender könnt ihr immer wieder jedes Jahr aufs Neue bestücken und benutzen. Vielleicht gefällt ihr euch ja und auch die Idee. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen, fröhlichen und gesegneten Advent. Tschüss!